Ja Haben die weg Hans Hast du es eigentlich mitbekommen mit dem Fake-Taxi-Fahrer da? Ja Da ist wahrscheinlich keine Worte Also da ist kein Worte Ja, da haben sich so ein Typ auf den Buch genommen Ach Digger Was ist denn los? Was ist mit euch falsch? Ich hab nen Bus, die nicht Lass den Bus in Ruhe Das geht jetzt einfach Ja, der hat nur gesagt, lass den Bus in Ruhe Passt schon Ja, wir fahren nicht rein Warum flüchtest du die ganze Zeit machen? Aber die Polizisten sind bei uns doch, siehst du doch Der wird nicht abgesperrt, wie geil ist das denn? Kinder, es reicht jetzt Die können funken Was hat die Was habt ihr jetzt schon wieder getan? Oh shit Moin die Limo ist auch Drecke Amtel Echt Yo, da liegt jetzt einer Jungs, wir halten uns alle mal mit auf der Straßenseite hier Wir geißen auf dem Wir gucken einfach vorzu Alles gut Ich bin Paparazzi Das ist nicht unser Gesamter hier Paparazzi Eure Nidane Achso, ich dachte schon, die fahren eigentlich schon nachher Die waren nicht hinter uns hinterher, wir waren ja nur am vorbeifahren, auf einmal fangen die an uns an zu pitten und alles Dann hat der Polizist nur gesagt so, hört auf den Bus um zu fahren, lass die Taxifahrer in Ruhe und dann ja Lass schauen sie das, vordern Bruder Echt so, die Limo ist so im Arsch Moment, die haben mit den Streifenwagen nen Bus angepittet? Nein, die anderen Die, die, die Fettsäcke da Achso, wird schon sein Die haben uns geholfen, die haben gesagt, die sollen uns in Ruhe lassen Ja Ich kenn beide, die das gesagt haben Einmal dieser weirdo Weirdo Cop, keine Ahnung wie der heißt Und dann einmal dieser Leon He? Weirdo Cop Juckst, deine Mom juckst, die ist nämlich immer ein Pauner, weil die so fett ist, du Fettsack Boah, Alter Was ist jetzt mit meiner Ausbildung? Ge-Owned Ist ja wahr Hans? Hans wollte ich nicht wahr Was ist mit meiner Ausbildung? Ehm Erfolgreich bestanden Erfolgreich bestanden Machen wir später nochmal ein Salalom Aber so Das ist Falalom 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 Wer dich da noch jetzt schon hochgefahren Jo, wir gehen Besuch Guten Tag Wer ist denn, du weißt, du bist gefahren? Wir waren alle dabei Wir waren alle dabei Ja 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 Wie gesagt, den einen habe ich jetzt unglücklicherweise kurz den Luft befördert Oh, das ist blöd Selcher Der ist gerade berufslos Ähm Aber euch geht's gut Jaja Haben sie euch eine Schuss gedrückt oder sonstiges? Ne gar nichts Wir haben einfach nur gerammt Genau Ja Ähm, das Kennzeichen kann ich gerne euch geben Ich sehe, dass der eine hier eine GoPro hat Ja Das ist dein gutes Recht, dass du dann zum Parlament damit gehst Das Will ich auch machen an deiner Stelle Ja genau Ja Wie gesagt, kein Zeichen Ist an dem Auto Eventuell ist ein Fraktionsauto Dann kann die ganze Fraktion damit verlangt werden Okay Dann gehe ich noch mal rüber und mache da auch noch mal selbst ein Foto finden Ja, wie gesagt, uns haben sie auch pernend gerammt und sowas geht halt gar nicht Ne, geht nicht Vor allem, ihr habt ja nichts getan, ihr seid verflucht vorbeigefallen Ja genau Wir hatten eine tolle Ausbildung Ja Wie gesagt, ich würde an deiner Stelle das machen An der Stelle die Seite Ja Wieso auch so Wenn ihr was braucht, wir sind drüben kurz Jaja Hast du aufgenommen? Ja, hab ich Mashallah Ähm, ja Paul, keine Ahnung, was du auf... was du abgemacht hattest mit Manko oder was? War das abgesprochen, dass du dann auch direkt gefördert wirst oder? Ich hab nur mit... ich hab nur Hans gefragt, ob der mich äh, ausbilden kann Okay Ja, dann muss ich das doch mit einem der anderen absprechen Mit mindestens einem Ähm, mache ich direkt, wenn einer da ist Warte mal, ich kann mal kurz am Telefon gucken Aber der kann ja nicht kommen, weil... Ich hab zu beiden Kontakt, alles gut Weil der eine hat ne Störung und... Ja, alles gut, ich brauch ja nur einen, okay Okay Das ist das Fahrzeug, ja? Mich beschlagnahmt Äh, der hier, ich brauch noch kurz Einfach abbrechen Einfach abbrechen Also, er heißt Arvin... wie hieß der? Alvin Walker Alvin Walker, genau Al... Alvin... Was ist denn jetzt hier vorgefallen? Kann er euch nicht leiden? Oder war er nur dein neidisch, dass er im Bus habt? Ne, die haben einfach ohne Grundsieg gerammt, hab ich grad schon gefragt Ach so... Alvin... Alvin Walker Walker Ich hab'n Walkman Ich hab'n Walkman Wie gesagt, ähm... Wenn ihr uns braucht durchs Mal im Parlament, sag mir Bescheid Ähm... Sag mir Bescheid Mh... Okay, äh, ne, wir haben da eigentlich einen ganz guten Berichter und Anwalt, die sich da dann genannt haben Ja, perfekt Bist du ein Anwalt? Sonst hätte ich den jetzt wegen Sachbeschädlinge und äh... gefährliche Eingebungen in die Straßenbücke gegeben Nein, also andere Anwalt, nicht hier Ah... Ah... Ne, vom Government sind die Wurde ich mich dann drum kümmern Hat jemand schon Medic angefunkt? Ja, es wurde ich für Spacials geschickt Gut, dann bedanke ich mich soweit Ach nein, kein Problem Wie gesagt, uns haben die auch geraubt und uns gegen den Strich Und ähm... ihr seid halt... sag ich mal... Ihr könnt euch halt nicht verteidigen und sowas wie nicht assoziat Ja, wir haben auch schon grad einen Antrag gestellt Beim Richter auf Taser wenigstens, dass wir uns dann verteidigen können Und wir jetzt eine Flucht ergreifen oder so Aber das muss alles erst mal durch Na, ansonsten, wenn es äh häufiger... ist es häufiger so? Mh... Also, wir sind gerade erst wieder hier frisch hingezogen Weil wir vorher unten bei der Fahrschule waren Aha Aber wir haben uns also freigekauft quasi Weil wir das Unternehmen halt mal bisschen vorwärts bringen wollen Ne, ich meine mit die Angriffe auf eure... Ach so... Mit Raum und so weiter Wir waren dort eigentlich nicht Das war vorher nur sonst immer bei der Fahrschule Hier ist eigentlich auch okay Naja, manchmal kommt auch nicht Das würde ich einleiten Wenn es euch schon öfters passiert, dass es eine Streife hier immer packt Okay Ähm... Ja, ich guck mir das weiter an Ansonsten sag ich mal Bescheid Genau Genau Kein Problem Ich glaub da kommt sogar wieder mit seiner Jawoll Yes Das ist der Chief of ich kann nicht fahren Na, den hab ich angefunkt Das ist Bruno Ähm... Bruno, falscher Weg? Ja Machallah Der gute Fahrer oder was? Ah, scheiße oh gott da ist sogar das schief wir haben jetzt noch neue outfits die jungs von medik